Das MacBook Air, Apples leichteste und beliebteste MacBook für alle Nutzer, die ihre täglichen Aufgaben damit erledigen wollen. So war es bis 2020, doch dann stellte Apple das neue MacBook Air vor und mit ihm den neuen M1-Chip, welcher zuallererst im Air seinen Platz fand. Nun war das MacBook Air auf einen Schlag nicht mehr nur das MacBook für die leichten Office-Aufgaben, sondern konnte von der Performance auch mit den MacBook Pros auf Inter-Chip-Basis mithalten und sogar an ihnen vorbeiziehen. Es war der Beginn einer neuen Ära für Apple. Mittlerweile besitzen die neuesten iMacs, MacBooks und iPad Pros den M1 sowie auch den M1 Pro oder M1 Max-Chip im MacBook Pro 14 und 16 Zoll. Im nächsten Jahr erwartet uns also ein neues MacBook sowie auch die neue Generation des Apple-eigenen Chips, dem neuen M2. Alles, was dich beim neuen MacBook Air erwarten wird im nächsten Jahr, bekommst du in diesem Video zusammengefasst. Viel Spaß dabei! In diesem Video bekommst du nun alle wichtigen und bekannten Informationen rund um das neue MacBook Air, was uns schon bald erwarten wird. Natürlich ist kein Leak und kein Gerücht immer zu 100% richtig. Das wissen wir alle. Wir wissen aber auch, dass sich ganze Leaks und Gerüchte bewahrheiten und wir sie in den neuen Produkten von Apple wiederfinden. Deswegen sei gespannt, was heute dich alles erwarten wird. Wir freuen uns auf dein Feedback und jetzt beginnen wir mit dem Video. Kommen wir zuallererst zur Konnektivität des MacBook Airs. Die neuen MacBook Pros 14 und 16 Zoll haben die Rückkehr von vielen altbekannten Anschlüssen gefeiert. Den SD-Karten-Slot, HDMI, was auch immer sich Apple dabei gedacht hat, aber das ist ein anderes Thema und natürlich MagSafe. Und genau diesen Anschluss, den MagSafe-Anschluss werden wir auch im neuen MacBook Air wiederfinden. Ich finde dies sehr gut, weil MagSafe sehr viele Vorteile mit sich bringt. Zum einen, es wird kein USB-C-Port zum Laden belegt. Natürlich, man kann über USB-C laden, aber man muss es eben nicht. Außerdem ist MagSafe sehr intuitiv anzuschließen. Auch das Klicken von Magneten ist sehr, sehr cool und es hat einen riesen Vorteil. Wenn du über das Kabel stolperst, fliegt nicht dein MacBook auf den Boden, sondern das Kabel wird nur rausgerissen und alles ist gut. Hattest du schon die Chance, den neuen MagSafe-Anschluss zu testen? Wenn ja, schreibe es unten in die Kommentare und teile auch gerne deine Erfahrungen. Beim jetzigen MacBooks gibt es zwei USB-C-Ports und einen Kopfhöreranschluss. Das wird auch so bleiben, nur werden die beiden USB-C-Ports auf jeweils einer Seite sein und nicht mehr beide auf einer. Das ist natürlich auch sehr cool, dass man von beiden Seiten arbeiten kann mit Festplatten und so weiter und so fort. Also auch eine sehr coole kleine Änderung, die aber wirklich auch für viele von Vorteil sein kann. Ich glaube, alle Foto- und Videografen lieben es, wenn sie das neue MacBook Pro haben, einfach ihre SD-Karte aus der Kamera raus, ab ins MacBook damit und die Daten einlesen. Doch leider, laut MacRumors, wird dieser Anschluss beim neuen MacBook Air fehlen. Ich hoffe, dass Apple diesen noch einbaut und es neue Leaks dazu gibt, dass sie das auch machen werden, aber bisher ist das noch nicht bestätigt. Erwartet uns ein neues Design? Mark Gurman sagte, dass das MacBook Air das größte Redesign seit 2010 haben wird. Als das M1 MacBook Air vorgestellt wurde, gab es zwar ein großes Update für den Prozessor, jedoch wurde das Design so belassen, wie man es schon immer kannte. Doch das wird sich nun stark ändern. Wir werden ein Mix bekommen aus dem neuen iMac sowie MacBook Pro. Das bedeutet, ein kantiges Design, aber immer noch so leicht und dünn, wie wir es immer vom Air kennen und so wie es auch das Markenzeichen ist. Zudem werden die Displayränder kleiner und könnten ebenfalls abgerundet sein. Was wir schon vom neuen iMac kennen, sind die bunten Farben, die weißen Displayränder sowie die weiße Tastatur. Und genau so könnte es auch laut einigen Quellen für das neue MacBook Air sein. Das heißt, bunte Farben für das MacBook Air, weiße Displayränder und eine weiß abgehobene Tastatur. Das würde bedeuten, dass das MacBook zum ersten Mal seit dem iBook wieder weiße Displayränder haben könnte. Wie siehst du das Ganze? Gefallen dir weiße Displayränder oder bist du eher ein Fan vom schlichten und bekannten Schwarz? Schreibe es unten in die Kommentare. Mini-LED nun auch im MacBook Air. Wir kennen es vom iPad Pro und den neuesten MacBook Pros. Apple setzt auf die Mini-LED-Technologie und diese wird auch im neuen MacBook Air zum Einsatz kommen. Mini-LED ist eine super Sache. Doch leider, laut den aktuellsten Informationen, wird es kein 120Hz für das MacBook Air geben. Ich hoffe, dass Apple das ändert und Mini-LED und 120Hz einbauen wird. Ob das so kommt, werden wir sehen. Alles weitere dann auf jeden Fall in naher Zukunft, wenn neue Informationen dazu rauskommen. Wird das MacBook Air eine Notch haben? Große Frage, viele Leaks, viele Gerüchte in beide Richtungen. Die einen sagen, ja es wird eine geben und die anderen sagen aber auch, nein es wird keine geben. Da es sehr wahrscheinlich ist, dass das MacBook weiße Displayränder bekommen wird, wäre eine weiße Notch vom Design her wirklich sehr unschön. Die Notch beim MacBook Pro ist schon nicht die schönste, man kann sie aber im Vollbildmodus ausblenden. Bei einer weißen Notch ist das kaum oder gar nicht möglich. Also sie ist eben immer da. Daher vermute ich jetzt, dass das MacBook Air keine Notch haben wird, sondern eher gleichmäßige Displayränder auf allen Seiten. Ich bin sehr gespannt, wie sich Apple hierbei entscheiden wird. Klar ist, die Notch ist Marketing von Apple. Wenn du jemanden siehst auf der Straße, der irgendwo arbeitet und du siehst diese Notch, dann weißt du automatisch, es ist von Apple. Es ist ein iPhone oder es ist ein MacBook Pro. Das ist ein Riesenvorteil, den Apple natürlich dadurch hat, weil das so bei anderen Produkten von anderen herstellen es eben nicht gibt. Wie siehst du das Ganze? Würdest du eine weiße Notch cool finden oder eher gleichmäßige Displayränder? Schreib es in die Kommentare. Wovon wir sicher ausgehen können, ist, dass das MacBook Air eine 1080p Frontkamera haben wird. Klingt nicht großartig besonders, ist aber vor allem im Vergleich zu Marken wie Dell ein großer Vorteil, denn dort ist der Standard 720p. Und das MacBook Pro 14, 16 Zoll hat schon 1080p Frontkamera. Das ist echt ein großer Vorteil für Apple, vor allem auch für uns Nutzer, weil wir wirklich eine gute Qualität haben, vor allem wenn wir in Videokonferenzen sind und so weiter und so fort. Es wird eine Namensänderung geben. Das MacBook 12 Zoll wurde schon lange aus Apple Stores entfernt und nun laut vielen Quellen soll es so sein, dass das MacBook Air nun nur noch MacBook heißen wird. Das heißt, wie beim iPhone, also iPhone 13, iPhone 13 Pro, wird es bei dem MacBook so sein, MacBook, also das jetzige MacBook Air ist das MacBook und die Pro Modelle sind die MacBook Pros. Also ein spannender Leak und Apple hat damit auch eine klare Linie in ihren ganzen Produkten. Kommen wir zum Update von dem M1 Chip auf den M2 in 2022. In den kommenden Jahren wird Apple laut den aktuellsten Informationen ein Update-Zyklus von 18 Monaten für ihre eigenen Chips haben. In 2022 wird das MacBook Air, oder jetzt dann wahrscheinlich MacBook, ein Update vom M1 auf den M2 bekommen. Dieser wird auf jeden Fall besser und leistungsstärker als der M1 sein. Jedoch wird er nicht an die Performance des M1 Pro und M1 Max Chips herankommen. Im jetzigen MacBook haben wir eine Konfiguration von 8-Kern-CPU und 7-Kern-GPU sowie 8-Kern-CPU und 8-Kern-GPU. Der neue M2 soll ebenfalls 8-Kerne CPU, welche dann aber stärker und leistungsfähiger arbeiten werden, sowie 9- bzw. 10-Kernen GPU ausgestattet sein. Insgesamt soll die Performance um 10% im Single-Core und 20% im Multi-Core ansteigen. Außerdem wird Apples neuer Clip auf der Architektur des A15 Bionic gebaut sein, welcher sich im aktuellen iPhone 13 Lineup befindet. Und zu guter Letzt, mit welchem Release-Datum und Preis können wir rechnen? Wenn es nach dem bekannten Apple-Analysten Ming-Chi-Q geht, wird das neue MacBook im späten 2. oder frühen 3. Quartal 2022 in die Massenproduktion gehen. Analyst Dalian KT vermutet jedoch schon eine Release zur Mitte des Jahres, d.h. rund um die WWDC 2022. Der Preis für das neue MacBook staffelt sich wie immer nach Ausstattung, aber laut Dalian KT wird auch hier der Preis ein wenig ansteigen. Derzeit liegen die Preise beim MacBook Air für 1.129, also mindestens. Und deswegen könnte so 1.229 oder 1.329 realistisch sein. Das war jetzt der erste Überblick, was sich 2022 beim neuen MacBook Air oder bald nur noch MacBook Air erwarten wird. Wie findest du das Produkt? Wie findest du die bisherigen Informationen rund um das neue MacBook? Und würdest du es dir auch z.B. kaufen oder was würdest du gerne noch sehen an neuen Leaks, die in den nächsten Monaten dazukommen können? Schreib es in die Kommentare, wenn es dir gefallen hat. Gerne liken, abonnieren und wie gesagt dein Feedback kommentieren. Hab schöne Festtage und bis zum nächsten Video.